Finale der Baltic Reihe, es gab Höhen und Tiefen, mehr Tiefen als Höhen, im Prinzip war es ja ein Kripper, schöne Talfahrt, von meiner Feinsten, das war ein Bauchklatscher, hat auch ganz schön wehgetan, zumindest der Leber. Und am Ende gab es doch mal noch einen Lichtblick, am Ende des Tunnels war da wirklich Licht. Ja, die ist jetzt ganz schön zerrubbt, wenn man nicht weiß, wie es aufgeht. Wir waren so aufgeregt. Wie man hier sieht, ist das hier so ingesteckt und wenn das hier so drin ist, dann kann man das an den Seiten öffnen. Man muss es ein bisschen so rausziehen und dann kriegt man das schon auf. Aber halt für die nervösen, wilden oder durstigen sieht das dann so aus. Hier steht das noch schön drin, kann man auch sehr gut transportieren, sieht von vorne auch, also sah von vorne sehr gut aus. Ja, ansonsten kann man das wegschmeißen. Ja, das kann dann natürlich weg. Das ist das Highlight. Das ist cool. Auf jeden Fall. Ansonsten waren halt sechs Bier drin, ne? Fünf haben weniger gut geschmeckt. Das sechste. Das war folgterweise auch das letzte. Das war das beste. Das war das beste. Genau. Das Baltic Ghost. Wir hatten Bronze, einmal viermal Blech und einmal Silber. Genau. Hat uns absolut überrascht, hat uns auch gut mitgenommen. Ja. Mich hat es auch gut mitgenommen. Also ich bin echt froh, dass ich da jetzt durch bin. Was würdest du dem Ganzen geben? Vier von fünf Sterne? Drei von fünf Sterne? Ich sag mal so, ich würde dem Rundum-Paket eine 3 von fünf geben, beziehungsweise eine 3,555. Das ist hier nicht. Oh. Drei Sterne gibt es hier nicht. Also dem Paket eine 3 von fünf. Also die Highlights sind auf jeden Fall das Glas und diese Baltic Ghost. Ja. Und dass das so geil verpackt ist und hinten auf der Verpackung nochmal alle drauf ist. Drei von fünf Sterne hat es schon verdient. Es ist halt natürlich, bei manch einem wird es dann wahrscheinlich vier von fünf Sterne geben oder volle Punktzahl. Wie ich jetzt zum Beispiel eben kenne, der hat gesagt, das ist super, ist lecker. Gibt auch noch zig verschiedene andere Sorten davon. Ja. So wie ich das gesehen habe. Auf der Website müsst ihr mal kicken. Ist halt hier in der Beschreibung. Einfach mal ranklicken. Ist alle da. Da gibt es auch Boxen, die sind viel größer als die kleine Boxen, die wir jetzt hier getestet haben. Also das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Uns hat es auf jeden Fall weitergebracht. Ja. Ja. Also mich schon. Also ich weiß, dass ich die Bier nicht mehr trinke. Ja. Ja. Wir waren noch nie so die Ale-Trinker. Nee. War noch nie so. Aber war auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert und daran wächst man ja. Ja. So. Dieses ereignisreiche Erlebnis wurde gesponsert von Daniel. Ja. Danke Daniel. Also beim nächsten Mal steige ich in den Bus nicht mehr ein. War voll lecker. Voll lecker. Ja. Da trinkt man jetzt nicht. Ist das. Oh. Da. Da steht das Dach. Titte. Oh. Das nächste Mal. Achso. Ja. Gibt es das Hack-Up-Shore. Hell. Bayerisch hell. Gut. Also bis dahin seid gespannt. Wir lassen uns überraschen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.